So, ja, hier sind wir wieder. Wie ihr seht, ist das Intro immer noch das gleiche. Ja, das ist jetzt Teil 2. Äh, machen wir nochmal von vorne. Ich hab klinke Finger. Nein, mach ruhig weiter. Ich wollte kurz was essen. Du hast gesagt, wir wollen essen? Alter, wir können unsere Pelser nicht enttäuschen. Nein, wir machen nochmal von vorne. Nein, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu schnambulieren und ich regel das hier schon am Ende. Alter, da ist es mir wieder dran. Du hast das letzte Mal Zeit-Anpackung gemacht. Ich möchte es ja nur sagen. Er macht einfach wieder von vorne und sagt, wir wollen essen. Ja, also hier haben wir den Granatwerfer. Eine... Ich hab sogar den auch noch Freier gekauft. Ähm... Aufgrund dessen, dass ja alles ein bisschen laut ist, vielleicht ist es ein bisschen schlecht, aber... Ich glaube, ich bin immer ein bisschen nervig. Nehmt das hier... Granoten! Ihr bösen Granoten! Das ist ein bisschen Granatwerfer? Das war ein Granatenwerfer, ja. Ja, Tatsache. Und ich bin ein super Soldat. Ach nee, das war kreisig. Ich bin ein einfacher Soldat, der... Ja... einen Komplott entdecken muss. Und... Ich weiß echt nicht, wirklich nicht, was ihr von mir wollt. Also ich kann jetzt hier noch alle möglichen Leute abschlafen. Und zauberstacken. Aber allerdings... Du machst es schon wieder ein Komplett, oder? Ja... In Mortal Warfare 2 wird sehr viel geschossen. Ich glaube, es gibt noch 1, 2, 3 Staff-Aktionen. Und das ist ganz schön. Und jetzt wollen wir uns einfach mal begeistern lassen und nicht mehr kommentieren, sondern einfach subjektiv reinhauen, was uns gerade einfällt. Was? Achso. Denk dich schon mal geil an. So. Los, los. Ein Typ läuft. Äh... Was ist CPL? Äh, Corporal? Wahrscheinlich nicht. Corporal, äh... Gigolo. Corporal Gigolo. Wuhu. Los, los. Wuhu. Wuhu. Angriff. Angriff. So. Warte jetzt. Bin in Ernst jetzt. Wollten wir gucken, ob es schon funktioniert? Mach aus. Ich spinne jetzt. Nein. Doch. Ich bin immer noch im Wagen. Ich fahr nie draußen. Komm jetzt. Wenn wir streiten uns nachher. Alter. Ich spinne jetzt. Soll ich? Soll ich? Soll ich? Soll ich nicht? Mach. Mach einfach. Tötel. Warte. Ich mach jetzt ein Herz jetzt. Warte. Hier, guck mal da oben, die Leute. Das ist zerstört. Oh, Mann, bin ich stark. Warte mal jetzt ein Herz. Ein sehr breitflächiges Herz. Das waren zwei Tüten. Keine Quartesritte. Das waren zwei wunderschöne Reißwahn-Tüten. Was soll ich sagen? So, das Herz in Baubau vollständig. Ich kann mal sagen, was ich wollte. Ja. Ja. Äh. Corporal Sebastian. Was ist hier jetzt gerade unsere Mission? Äh, ich weiß es nicht. Du musst nirgendwann töten, glaube ich. Ach, nirgendwann dieses Töten, ne? Irgendwas zu sehen. Nein. Alles mir was nicht. Okay, ich will jetzt diesen Samt-Trump. Sargent. Ja, ich weiß es. Sargent-Faulie. Okay, du musst du, der bist du. Overlord. Das ist, glaube ich, dein Heli, der überhaupt spielt. Na toll. Wer ist denn Corporal dann? Mann, keine Ahnung. Was bist du, Niki-Ban? Ranger. Roger. Mua! Yeah. Ranger, Roger. Okay, der bin ich einfach auch. Okay. Und du bist Ranger dann? Wir wechseln uns aber auch. Ja, wir wechseln uns auch. Wir sind ja in diesem Bauch eben. Fisch, okay. Treffen nach oben bekommen. Auf zwei, vier. Äh. Witzkampf, witzkampf, witzkampf. Sind sie beworfen? Witzkampf, sind sie beworfen? Achso, ey. Erle, Erle. Ich werde sie beworfen, achso. Dann dürfen wir nicht auf sie schießen. Okay. Weh. Ey, das bin ich, äh, Sieg, 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 äh, Sieg, äh, Sieg, äh, was? Sieg, äh, Sieg, äh, was? Sieg, äh, was? Sieg, äh, was? Sieg, äh, was? Sieg, äh, alle anderen auf dem Zeichen wie du sagst, 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 wie äh, begreift. Mann, Mann! Ich würd sagen, einfach, weißt du, ich würd sagen, ich würd sagen, wie hat's, genau das hätt ich auch gesagt. Ey, ihr wisstst euch doch nicht für die Katsache. Da sind sie ja. Okay. Mann, was machst du jetzt schon wieder? Ich will nicht sterben. Mama, Mama, Backe, Backe, Kuh, ich bin der Weg abgerufen. Wo sind sie? Na, hoffen wir, Sebastian, dann sagen sie mir, wo die Feinde sind. Hinter dir. Ah, Mann, du stirbst. Ich sterbe, ich lebe, ich lebe. So, ich glaub, das ist eventuell eine effiziente Methode, wie man überleben könnte, wenn man etwas sieht. Du bist tot. Ja. Okay, jetzt bin ich aber. Jetzt darfst du. Ja, ich hab ihn relativ gut gemacht. Ähm, ja, war der Typ. Das kann man jetzt auch nicht brauchen. Der war direkt vor und der war mir. Ganz hart. Was ist das denn? Was ist das denn? Das bricht er durch, die Barrikaden. Was ist das jetzt da oben, da oben? Nein, du hast überlebt. Du musst, ich glaub, du musst jetzt durch. Ins Gebäude wäre gar nicht mehr so schlecht. Ins Gebäude wäre gar nicht mehr so schlecht. Ich würde sagen, eigentlich hast du es nicht mehr verdient. Aber ich muss verschossen. Steck bewegen, sich hoch. Ja. Wir sind hier im Haus. Was eigentlich in der Hauskrieg vorfällt, ne? Aber ja. So macht man es. Weißt du eigentlich, was die Terroristen gegen uns haben? Keine Ahnung. Das ist ja gar nicht spannend. Ein bisschen. Ja. Schießt er wieder seine Verbündeten an? Hunter 2, 1, Hunter 2, 3. Ich habe die Schule vor mir, hoffa. Oh, mir nach, los hier. 2, 1, wir sind hier kaum von sich. Wir stehen unter Schwerung mit Schuss auf der Schule. Ja. Los, los. Du hast einen Spielplatz. Das wollte ich nicht. So, ich würde sagen, du hast deine Chance wunderbar gemacht. Ich habe die Schule vor mir, hoffa. So, wir wussten, ich will verbündet sein. Ich muss nie. Oh, ich habe versucht, das nicht zufrieden zu sein. Ja. Ja, du musst, äh, du kannst mich was sagen. Sollten wir mir nichts tun? Oh, den habe ich gerade übersehen. Alter. Du. Böse Wicht. Das war jetzt nicht sehr nett. So, jetzt habe ich meine Waffe, die, die, die alte Mann wie mir zusteht, ja? So, und jetzt, das, das ist deine Waffe. Aus, wenn du, weg, weg, ewig, weg, ewig, das Moment, ja. Was hat er genau gesagt? Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, dass ich es noch gut war. Ich, ich weiß es nicht mehr, die, die, die ... ау, am I Oh, das war ein Headshot, würde ich sagen. Aber was ist denn noch von uns? Ne, das ist nicht gut. Ja, was kann man denn jetzt noch sagen? Wir sind gerade in einem Gebäude, liefern uns einen heftigen Häuserkampf. Und wir wollen halt irgendetwas räumen. Wir wissen ja nicht, wir wissen nur, dass wir es wollen. Erwischt. Ja, noch was. Selbstverständlich. So. Was, was bekommen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, das ist ein VW, dreh dich mal an, schauen wir mal an, ob es ein Problem ist. Das ist ja jetzt nicht wichtig, wie wir mal noch aufhören. Das ist ein VW. Ich hüte dich, ich hüte dich an. Nein, ich glaube gerade. Der lebt mich. Ja. Ich habe sehr wüscht. Und auch ihn habe ich definitiv wüscht. Ich würde sagen, das Video ist schon wieder ziemlich lange, noch einmal wieder Schluss. Nein, nein, nein. Ich glaube aber, die haben es so backen die ganze Zeit. So, Sajun Fauli, komm. Und, und. Nee, ich habe ihn gemessert, das weiß ich. Private Peers. Ich glaube, den sehe ich nochmal wieder. In irgendeiner Mission. Ich glaube, ich sieht man ihn nochmal. Ach, wir machen es einfach so, immer eine Mission, okay. Ja, ist ja, ist ja. Okay, jetzt. Ich muss sagen, so wie beim ersten Video, ich finde es immer noch, äh, Holig, Kuchen, Käse. Das ist, äh, ich mit deinen Gamers Go. Ach so. Das hast du aber verdient. Nee, ich meine, das ist einfach mal. Als erstes ein Tutschstart. Ja, ich denke, wir machen jetzt einfach eine Pause. Aber dieses Mal wirklich eine Pause. Ich brauche jetzt wirklich eine Pause. Na sicher, Leute. Wir machen wirklich eine Pause. Gut. Macht's gut. Und, ähm, wir lassen jetzt noch kurz das Intro. Okay. Für die nächste Mission. Und wir verabschieden uns schon mal. Er arbeitet stets für den, der am besten zahlt. Auf Wiedersehen. Ach so. Ja, genau. Auf Wiedersehen. Oder. Unsere getreuene Gastverdienste. Ja. Ja. Die Frischköpfe verabschieden sich. Die squeering Frischheads verabschieden sich. Ja. Hier noch das letzte Intro. Das war's. Du kannst jetzt essen. Nasse Füße. Also ist es dort viel zu kalt. Schau kommen. Schau. 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 Schau.